Hallo YouTube, meine Stinkies, hier ist wieder euer Beast Lucky, wie auch immer, heute mal das nächste coole Gameplay-Kommentary, wie auch immer. Wir spielen, abschlussbestätigt, auf Downturn. Ja, und es geht auch gleich zur Sache, seht ihr ja schon, ich hab die MBC mit Shiloh Magazine-Erweiterung dabei. Dann hab ich dabei Marathon, also Extrembedingungen pro Attentäter pro und Totenschädel pro. So, da hab ich schon meinen ersten Kill genommen, die Marke ruhe ich mir dann gleich noch. Ja, heute hab ich mir mal einen coolen Klantik gemacht, heute bin ich sehr ehrlich zu euch gewesen, ihr seht ihn. Wenn ihr ihn nicht seht, dann müsst ihr halt aufpassen, wenn ich unten ein Kill mache, dann seht ihr ihn. Egal, abschließend spiele ich, wie der Specialist, wisst ihr ja, spiele ich eigentlich gerne. Ich geh zu, ich hab auf dieser Map am Anfang versucht auf Nuke zu spielen, auf MLB. Aber leider kam mir dann da was dazwischen, das seht ihr dann. Ich hab das Spiel hochgeladen, es ist jetzt nicht der beste Score. Aber es ist nicht schlecht, ich dachte mir, ach komm, wenn es eine 3er-Karte ist, dann letztes Mal hoch. Es war, glaub ich, 26, 8 oder so. Das seht ihr ja dann oben in der Beschreibung, beziehungsweise schon im Titel. Das weiß ich nämlich jetzt gerade bei der Aufnahme noch nicht. Hier, naja, ihr seht ihr, ich renne rum. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich schon ein paar, wieder so ein paar grottigen, schlechte, dumme Kinder dabei hatte, die ich echt dauernd schön abziehen konnte. Ähm, ja, ich lauf, ihr seht, ich lauf diesmal recht große Runden, wo die Gegner nicht so oft sind. Weil ich mir eben gedacht hab, naja, das wär scheiße, wenn du echt mitten ins Getümmel reingehst und dann verreckst. Und der Kerl, seht ihr, der hat gerade auf mich geschossen und steht immer noch da. Deswegen hab ich ihn hier ganz leicht abgezogen und er hat dann schon mal einen Stalker-Bonus. So, jetzt muss ich mich hier, bam, muss noch die 2 killen. Beziehungsweise einen, aber ich glaub, da kommt gleich noch einer. Hab ich ihn gehört? Ähm, ja, müsste gleich kommen. Ja, weil verweigert ist, das heißt, es muss einer sein und den packe ich mir auch noch und dann hab ich meinen Spezialisten-Bonus dabei. So, ja, Abschuss verwehren, das tun sie mir, das können sie gut, aber das macht mir nix, weil, ihr seht ja, ich bin hier gut auf Fahrt und die, ihr seht, das waren Level 2 oder so. So, dieser Kackpop, der steht am Spawnraum oder was auch immer, der da hinten gemacht hat, aber, naja, gut für mich, ich konnte da recht gut abräumen am Anfang. Es ist ja auch nicht schlecht ausgegangen, aber, das war, muss ich noch dazu sagen, gleich mein erstes Match, ich bin so ausgestückt, ich dachte mir, oh Gott, komm, jetzt gleich raus, stell die MOAB raus, aber nix ist geworden, ey, nix. Es war so schade, ihr seht ihr, ich hab echt verdammt gut angefangen, aber, na, was willst du machen bei diesen Gegnern? So, natürlich immer ein bisschen, und, guckt euch das an, das war dieses Glück, ich hab so ein Glück, dass das so ein Noob war. Ich wär schon tot gewesen, aber, puh, gerettet in letzter Sekunde, der Dropshot hat eben geholfen. Jetzt legen wir den und versuchen, aber komischerweise, er kriegt mich. Komischerweise, hab ich ihn nicht getroffen, es war nicht mal ein Hitmarker, da dieses Spiel verarscht mich heute wieder nach Strich und Faden, aber was soll's? Naja, gut, ihr seht, damit ist meine MOAB-Geschichte für dieses Commentary auch schon gegessen wieder. Das hat mich tierisch aufgeregt. Dafür hab ich hier gleich einen schönen Level abbekommen. Ja, ich bin jetzt im neunten Prestige und ich will's jetzt endlich in der MW3 haben, das zehnte Prestige, dass ich's endlich hab, dann kann ich nämlich endlich mal wieder richtig hart Black Ops, MW2, kurz für irgendwas suchten, wenn ich da zur Zeit auch mal wieder richtig Bock drauf hab. Ich hab jetzt ja die letzten Wochen, wie gesagt, fast nur MW3 gespielt. Und ja, ich bin echt froh, wenn ich dann jetzt endlich im zehnten bin, wenn ich spiele dauernd, damit ich im zehnten bin. Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt bis Level 80 spiele, bevor ich dann mal Black Ops oder so spiele. Ich glaub fast, ich spiele einfach nur ins zehnte und ab da an dann lasse ich mir Chillic Zeit, dann die 80 level. Oh ja, so werd ich das, werd ich das dann nicht machen. Ja, ich schätze mal, ich brauch, also heute ist Montag, ich schätze am Mittwoch, äh, ja, werd ich schaffen, dass ich da bis dahin Prestige bin, ich hoff's zumindest. Und dann werd ich euch auch gleich mal dann wahrscheinlich einen Black Ops oder MW2 Commentary bieten können. Ja, ich weiß noch nicht, was ich zuerst mach. Vielleicht auch mal in Code 4, da ist Hauptquartier jetzt sehr geil in Code 4. Mal schauen. Also seht, ich räume trotzdem hier gut ab, obwohl dieser kleine Fetzer mich da vorhin eiskalt echt wegstiehlt hat. So, ne, so, ich hab ihn ja angeblich nicht gehittet vorhin, aber was soll's, was macht mir jetzt nix. Und jetzt hab ich hier gleich wieder einen fetten Bonus. Und hau die Gegner weg. Jungs, schon wieder krieg ich hier dicke Herausforderungen. Das ist schon richtig schlecht hier. Auf Downturn. Eben mein erstes Spiel für diesen Tag. Ich fand's recht gut. So ohne Einspielen und so. Ja, M7 spiel ich übrigens zum ersten Mal in diesem Prestige. Ich hab die sonst noch überhaupt nicht gezockt. Ich bin jetzt im neunten Prestige. Und spiel ich zum ersten Mal und hab sie jetzt schon, ich hab sie schon auf Gold, aber ich find rot sieht eigentlich wie geil aus. Das Gold sieht so, ich weiß nicht, ob die M7, das sieht echt irgendwie erbärmlich aus, ja. Aber gut, wenn ihr mir jetzt nicht glaubt, dann muss ich wohl mal eins mit Gold machen. Ja. Meine Lieblingswaffe, wenn wir schon gleich hier so bei Waffen sind, in MW3. Lieblingswaffe ist von mir eigentlich die UMP. Finde ich persönlich am geilsten. Äh, ich hatte sie bis jetzt immer auf Gold. Jedes Prestige. Und, keine Ahnung, viele sagen, die ist ihnen zu schwach. Manche sagen, ah ne, die ist so scheiße, aber fickt euch, ne. Weil ich komm mit der echt perfekt zurecht. Ich find die echt gut. Und da hab ich schon wieder meinen Spezialistenbonus abgesahnt von diesem Noob, weil die Kackpunze lassen sich einfach echt nur von mir abzocken. Das find ich ganz lustig. So, konnte ich auch, ja, ein bisschen was machen. Danach hatte ich dann noch ein gutes Spiel auf Village. Boah, aber ich bin so ausgerastet. Ich hatte irgendwie 20-0. Was passiert dann? Ein Payflow. Einmal, zweimal, dreimal, viermal hintereinander hat er mich gekehlt. Und dann bin ich echt ausgerastet und bin einfach aus dem Spiel raus. Weil das war mir echt so dumm. Und nicht von dem Kerl einfach töten zu lassen. Und jetzt hier, Dropshotten ist schon ein wichtiger Bestandteil, wenn man, ja, spielt so. Ich sag mal ein bisschen mehr auf Rush. Und schon wieder, hier, seht ihr ja, hab ich schon wieder eine 10.000er Challenge bekommen. Aber das Problem ist, beim Dropshotten, nicht immer klappt's natürlich. Auf Distanz ist es oftmals ein bisschen schwierig, aber geht meistens gut, wenn man ein bisschen Aim hat. Was ich ja manchmal nicht habe, aber meistens ist das auch ganz in Ordnung, muss ich sagen. Also, da hab ich kein Problem mit meinem Aiming und so. Ja, beste, beste Dropshot war für eigentlich. MP7 und UMP, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht. Mir sind die Sturmgewehre ein bisschen so, wie sagt man? Damit bin ich ein bisschen zu langsam. Ich spiele zur Zeit echt nur MPs. Oder zum größten Teil MPs. G36 hatte ich jetzt mal im 8. Prestige auf Gold, aber ansonsten habe ich keine wirkliche Sturmgewehr jetzt hochgezockt, weil ich eben mehr auf MPs stehe. Die gefallen mir wesentlich besser, wenn ich da ein bisschen mehr Rushen kann mit. Schroßwinden habe ich auch schon ein paar gezockt, aber ja, noch keine auf Gold gehabt. Doch, stimmt, die Usas habe ich auf Gold einmal. Ja, die war, die ist seit dem neuen Patch. Ich weiß nicht, wie es bei PC oder PS3 ist, aber Xbox nach dem Patch ist die echt. Die macht eigentlich One-Hit auch auf eine richtig schöne große Distanz. Also, das war schon echt gut, da die auf Gold zu spielen. MG möchte ich endlich mal eins auf Gold, aber ich denke, das mache ich erst im 10. Dann spiele ich mal dieses Peking da. Das wollte ich unbedingt mal auf Gold, weil es einfach nur bestimmt richtig scheiße geil aussieht. Wenn du dieses fette Ding auf Gold hast und deinen Suchen zerstören rumhoffst und denkst, Oha, ihr Wichser, guck mal, was ich für eine geile Wumme habe, Alter, ein Gold. Das ist ja nicht geil. Dann noch so ein Thermal drauf, so richtig hässlich Thermalschein, damit das Ding richtig verhunzt aussieht. So möchte ich mal in Suchen zerstören rumlaufen. Ich habe mir auch übrigens gedacht, mal ein Special-Affektor, wo ich so Ironie, ein Ironie-Kommentary nenne ich es jetzt. Wie ich das jetzt genau, was es jetzt genau ist, das... Ihr werdet sehen. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt verstanden habt, aber ihr werdet sehen. Jetzt kommt auch schon der Last-Kill hier. Bam, zu Ende nämlich. Meine Granate noch geworfen. Niederlage halt. Und der Last-Kill. Und ja, danke fürs Durchschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Schwuchtel, ne? Hehehe.